okay nachkommen auch alleine natürlich nicht so dieses mit den knöscheln knacken so ich zieh nicht einmal zu knöscheln knacken rt nähert sich vom fracht der trinity reaktion auf sos hier ist conrad roth von der endurance hören sie mich hast du gehört ein rettungshubschrauber ist unterwegs das ist ja großartig die anderen aber laura vielleicht sollte ich hier geht es um keinen piloten ich habe und die anderen da rein gebracht ich hole sie wieder raus so fertig können wir jetzt hier wieder was bei Jäger äh nie ne dafür brauchen wir ein Rang 3 wir müssen noch zwei Upgrades kkkkkkkkkkkkkkkk��kenkaufen tierische instinkte halten Sie das finde ich ja das werde ich nie glaube ich machen ich finde das nicht ein bisschen doof das kann man natürlich machen wenn man das ich finde sagen wir machen Axtexperte oder wir machen Ausweichkonto. Wir machen Ausweichkonto. Meistern. Guck, damit sollten auch die Typen mit den Schilden auch ein Problem mehr sein. Dann muss ich es halt nur noch auf die Reihe kriegen, auszuweichen. Okay. Hier ist nichts mehr. Ich hätte gerne... Ich weiß nicht, aber da bin ich am überlegen, ob es nicht schlau ist, darunter durchzugehen. Natürlich wäre oben insgesamt ziemlich cooler, dass jetzt die Brücke einstürzen. Okay. Oh, das ist ein Sprung. Ich weiß nicht, ob ich den... Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig. Aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Das ist, was ich gesagt habe. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge. Ich decke dich den ganzen Weg. Ich fände das cool, wenn man da oben sitzen bleiben könnte. Ihr wisst, dass mir dieses Geräusch nicht gefällt. Ich erinnere mich doch bestimmt noch an die... eine Mission da, wo man so auf diesen Anstürz in den Häusern rumlaufen muss. Das erinnert mich gerade extrem daran. Explosive. Ich kann dich gerade nicht spielerweise. Nee, ne? Guck mal. Man sieht auch richtig so das Ding. So, ja, sind diese Stische getrennt. Und jetzt geht diese Stische länger. Oh mein Gott. Mittlerweile kann ich bei dem Spiel ja echt gut reagieren. Also Sorgen müsst ihr euch gleich nicht mehr machen. So groß. Weil ich abkarte. Was soll ich jetzt nicht? Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Halt, nicht bewegen. Sie sehen den. Warte. Jetzt los. Halt, warte. Hab ihn fast. Halt, warte, warte. Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich brech dir das Genick! Vergib dich! Nein! Nein! Sie sind gestürzt! Ob sie tot ist? Weiß ich nicht. Ist der nicht wahr? Geht in der Kurs! Lara, es sind zu viele! Erfinde von da! Nein, ich hab doch gesagt, dass Korin noch mit den Einstürzungen holt. Das sollten wir schneller sein. Okay, ich geh jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie raus. Und ich komm zurück. Er sprach. Denn Krom ist um seiner Seite mehr. Nein, wir kriegen das hin. Komm. Ich... Ja, das erinnert mich gerade voll an die Szene aus dem ganz am Anfang. Kannst du verstehen, dass er jetzt hier gerade Schiss hat oder war? Melu, beweg dich! Besonders, weil ich wahrscheinlich sogar noch ein größerer Schiss da wäre. Weiß ich. Dann nehmen wir wieder den Bogen. Feuerfalle sind aus. Kaverneneingang? Was ist denn ein Kaverneneingang? Ich kann mich jetzt also entscheiden, wie ich gehe. Was ist das denn jetzt hier unten? Achso. Hätte mich gewundert. Also da ist ja eigentlich fast alles Schlauchlevel. Zwischen großen, freien Sachen halt zwischendurch mal. Aber wirklich, ich kann halt immer noch ein Löw, sonst geht es. Meine Brüder, hört mich an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Bibiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprengt jetzt zu uns. Wir nehmen unsere Waffen an sich. Scheiße, hätten wir da nicht die Schotty nehmen können und das Maschinengewehr einfach reinknallen können? Mann, ich hasse das. Wir fingen wieder bei Null an. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sich. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht. Aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder. Unsere Königin wird leicht zu uns schmecken. Recht um, Simiko! Sam! Nein, nein, nein! Nein! Sam, es tut mir so leid. Sieh mich an. Sieh mich nur an, okay? Okay. Okay. Ich hoffe mal, wir töten die beiden Spaffen da. Oh, oh, das sieht extrem leidner aus. Ich sehe keine Leiche. Ich muss, wenn sie nicht überlebt haben. Oh, 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 oh. Das war gerade. Es ist, boah, es ist Blut. Ja! Ich will meine Waffen wieder haben, ihr Freunde. Ich brauche keine Feige. Das ist extrem scheiße. Ich brauche aber auch nur Pfeile. Wir haben auch nicht mal unsere Kletterachs, ne? Ah, doch! Und wir bluten wieder. Die Wunde ist wieder offen. Haben, ist ja... Das hat so gesonderer Tag gut. Wisst ihr, was das Geile jetzt ist? Mit diesen Pfeilen werde ich es alle abschlachten. Ich kann es vielleicht ansprechen. Nein, ich stelle weiter. Ja, ihr sagt euch so, ich singt euch so, warum zündet ihr das nicht schon wieder an? Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Achso, ich habe da ein Buch gemacht. Ich habe gedacht, das wäre... So. Wahnsinn, wer herrscht diesen Ort? Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen wahren. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Und wir haben ein... Ich muss ja zugeben, ich hätte jetzt mal gerade gerne das Feuer aus. Denn wenn wir das Feuer anlassen, kann es sein... Nicht zu viel Zartes. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Was ist schrecklich. Helfen? Erbringen wird es uns nichts. Tod ist das sogar so. Diese Viecher natürlich bekämpfen müssen, wenn wir sie alle töten. Das ist nicht... Das ist keine Frage. Billfeiler haben wir. Sieben. Eins, zwei, drei, vier. Ich müsste jeden One-Shot killen dafür. Ich müsste jeden One-Shot killen. Das ist ein bisschen sehr lang. Geh weg! Das ist weiß! Nein! Nein! Lass los! Okay, ich muss erst ausschalten. Wer ist der Erste? Wo ist der Typ, den ich erschossen habe? Ach, ich drücke immer, ob die falsche Taste ist das Problem. Ich hätte, glaube ich, dann noch in die Luft, ja, Katastrophäe sehen. Nein, auch dann denke ich... Hier ist eine... Reliquie. Da oben ist die Reliquie. Natürlich können wir die jetzt noch alle jagen und zur Strecke bringen, bevor sie das gehen. Aber ich finde... Näh. Ich glaube, das ist mehr als der Kutsch und Gnädig. Habe ich jetzt vorher an, die, ne? An und aus. Das finde ich seit kurzem, ich bin aus. Schluss. Ich komme aus.